Eine Aktie ist ein Wertpapier, das den Anteil an einem Unternehmen verbrieft, bei dem es sich in der Regel um eine Aktiengesellschaft handelt. Zu einer Herausgabe von Aktien kommt es immer bei der Neugründung von einer Aktiengesellschaft, um Kapital in Form von Eigenkapital aufzunehmen. Dieses erhalten Aktiengesellschaften von ihren Gründern und von Investoren, die sich als Aktionäre beteiligen möchten, die dafür direkt am Gewinn des Unternehmens beteiligt werden, indem der Wert ihrer Aktien steigen kann und indem sie Dividenden, das sind Gewinnausschüttungen, erhalten können. Neben Eigenkapital haben Unternehmen auch die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen, indem sie einen Kredit bei Banken oder Finanzinstituten aufnehmen oder eine Anleihe am Kapitalmarkt vergeben. Für dieses Fremdkapital müssen sie jedoch im Vergleich zu Eigenkapital Zinsen bezahlen und es steht ihnen nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, während Eigenkapital zeitlich unbefristet ist. Bei der Herausgabe von Aktien wird das Grundkapital von dem Unternehmen in mehrere Aktien aufgeteilt und von der Anzahl der Aktien, die jede Aktionär hält, lassen sich dann die Eigentümerverhältnisse ableiten. Wenn zum Beispiel eine Aktiengesellschaft ein Grundkapital von 100 Millionen Euro hat und dieses auf eine Million Aktien aufteilt, dann hat jede Aktie einen Anteil von einem Millionenstel am Grundkapital mit einem Nennwert von 100 Euro. Dementsprechend würden 250.000 Aktien einem Anteil von 25% an diesem Unternehmen entsprechen. Der Nennwert einer Aktie darf nicht mit dem Wert von einer Aktie gleichgesetzt werden, denn der Nennwert ist eine konstante Größe, mit dem die Anteilsverhältnisse der Aktionäre an einem Unternehmen bestimmt werden können. Während der Wert einer Aktie dem Betrag entspricht, den jemand bereit wäre, für die Aktie zu bezahlen. Außerdem können weitere Aktien auch über eine Kapitalerhöhung ausgegeben werden, um frisches Kapital aufzunehmen. Bei so einer Kapitalerhöhung haben die bestehenden Aktionäre, die sogenannten Altaktionäre, ein Vorkaufsrecht, mit dem sie ihre Beteiligungsverhältnisse aufrechterhalten können. Und wird dieses nicht von allen Aktionären genutzt, nimmt daraufhin nach der Kapitalerhöhung die Anzahl der Aktionäre konsequenterweise zu. So eine Kapitalerhöhung kann bei börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen durchgeführt werden und meistens kommt es zu einer, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, woraufhin die Aktien an der Börse gehandelt werden. Ab diesem Zeitpunkt entscheidet dann das Angebot und die Nachfrage der Marktteilnehmer darüber, ob der Kurs der Aktie steigt oder fällt. Dabei wird das Interesse an einer Aktie von mehreren Faktoren beeinflusst. Unter anderem von der Unternehmensentwicklung, Meldungen über das Unternehmen und nicht zuletzt auch von der allgemeinen Stimmung an der Börse. Kann ein Unternehmen zum Beispiel kontinuierlich bei seinen Quartalsergebnissen mit steigenden Gewinnentwicklungen auf sich aufmerksam machen, dann wird auch der Aktienkurs von diesem tendenziell steigen. Allerdings können sich Aktienkurse teilweise sehr irrational verhalten, aber mittel- bis langfristig folgen sie der fundamentalen Entwicklung der Unternehmen. Ansonsten gibt es neben der Kapitalerhöhung auch die Möglichkeit, über einen Aktiensplit neue Aktien herauszugeben, bei dem aber nur die Anzahl der Aktien erhöht wird, ohne dass dabei neues Kapital aufgenommen wird, womit hauptsächlich der Wert pro Aktie gesenkt wird, um diese einem größeren Kreis von Investoren zugänglich zu machen. Achtung 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 Achtung